Ich sag jetzt, ich steh voll auf die. Ich mach jetzt einfach die ganze Zeit, dass ich so auf die geil finde, die fette Hure. Weißt du? Ich mach die ganze Zeit so einen auf geiler Boy. Und was habt ihr heute so gemacht? Was ist das denn? Ja, hab ich mich auch grad gefragt. Oh, Freis. Hallo! Hallo! Ich bin Rollbox! Das sieht aus wie ein Hamster. Oh, was ich jetzt schreibe, Alter. Ich bin jetzt voll als Gentleman, auch wenn der so fett ist. Oh nein. Ach du Scheiße, was ist das? Warum? Warum bin ich jetzt? Weil du... Ich guck nur grad Stefan Raab und da haben die Puff-Rays gesagt. Puff-Rays? Ich will Puff-Rays. Oh Gott, Alter, was ist das? Was ist das, Mann? Ohne Scheiße. Oh, da verschätzt man sich immer so schnell. Was ist das? Das ist ganz, ganz schwer. EIN truth. Okay. Und FHV... Was für HAV? Du kannst dir auch gerne deinen Namen daheim schreiben? Warum nett? Weil ich nicht, warum nicht, warum warum? 20... Cool Die Uhr wird sich heute umstellen, ich weiß, ich muss nämlich eine Stunde länger schlafen Ja, Mann Im Wasser Eine Stunde länger springen Ey, Batze hatte recht, die sieht ehrlich aus wie ein Hamster Ich hab gesagt, die sieht aus wie ein Hamster Sie sieht aus wie ein Wetterhamster Eier, wie diese fetten Ja, ist so, Alter Alter, sie ist fit und hässlich, Mann Alles, was Bein hat, geht Alles, was Bein hat, geht Ja, du kannst aber nicht spielen Wenn du rollst Schreib, du kannst mir rollen Echt, du heißt Kevin? Cool Ja Cousin ist auch Ja, Mann, jetzt fang ich an strech zu werden Was dagegen, Alter, du fette Hose Und woher weiß Blackboy das? Nö, ich hab nichts dagegen, mein Cousin ist ja auch Kevin Du kannst mir rollen, oder? Ich kenne das Warte mal, warte mal Warte, warte, warte Warte, warte Ich kann auch gehen Ich kann auch liegen Ich kann auch liegen Ich kann es auch lassen Ich kann so lassen Tee Komm, Alter, jetzt bin ich mal der nette Nauer Du hast schon mal gesagt, fett und hässlich Hast du das gerade gesehen? In dieses Hahahaha 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 Warum? 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 Weil du deinen eigenen Speck um nicht rollen kannst Hahahaha Alter, Ohlisch warst du einen größeren Bizeps als ich? Was ist denn da los, Mann? Das ist kein Bizeps, Alter, das ist ein Speck-Petz Speck-Petz Ja, Junge, kennst du diese Petz-Weck-Brötchen? So sieht das aus, Alter Wetten, die kann nicht mal aussprechen, was Soka-Bliad-Di-Nahui heißt Soka-Bliad-Di-Nahui Ich hab ein Lotschall weggelutscht Das find ich aber nicht mehr frech, Mann Soka-Bliad-Di-Nahui Such mal eine andere, die ich auch ficken würde, wo ich mich auch gut bei fühle, wenn ich die anmache. Wie man das Anmachen nennen kann. Oh Gott, Alter. Was ist das denn? Ich soll endlich ein Pärtschicken und jetzt guck mal, was ich stattdessen geschickt habe. Was hast du gesagt? Wie sehen die denn aus? Ja, hab ich auch gedacht. Hallo. Manchmal hat es bestimmt nicht geschrien. Es macht jetzt immer das gleiche. Wie ich hier so. O, C. Du Hurensohn. Seid voll süß, Dankeschön. Ihr beide gleichzeitig süß. Oh, dein Profil wird das auch voll süß. Ich bin King. Der andere. Für Flüchtlinge. Dankeschön. Die lachen selber. Hier raufzitten. Oh Gott, ist die hässlich, Alter. Das ist ja nicht normal. Die sieht aus wie mein Vater, Alter. Sie sieht aus wie mein Vater, Alter. Das ist auch bloß gleich. Danke, ich weiß vielleicht, dass ich süß bin. Selbst mit Leid. Selbst mit Leid, sag ich. Selbst mit Leid. Selbst mit Leid. Wie viel das muss was sein? Oh mein Gott, ey. Mehr oder weniger. Ja. Das ist nicht wert. Sie lässt mich einfach sagen. Ja, ich frage dich wieder, Mama. Oh ja, oder? Mama. Hä? Weg, Mama. Ich bin weg. Wann zieht ihr euch aus? Ja, ja. Das wird keiner sehen, du fette Missgeburt, Alter. Ich kann ganz lieb sein, aber mein Mann liegt in meinem Arm. Oh, wie süß. Ich will auch wieder am Freund. Resko bliegt jetzt nicht an. Könnt ihr Französisch sprechen oder Spanisch? Ja, klar. Nur Spanisch war schade. Französisch wäre lustiger gewesen. Und Englisch. Was? Ich will auch wieder am Freund haben. Gerade vor selbst mit Leid. Die sieht aus wie mein Vater. Nö, ich frage dich. Ich auch. Wo wohnst du? Ich kann euch Französisch beibringen. Ja, klar. Ja, dann fang mal an mit Hallo. Mit Hallo? Fangen wir erst mal an, hier so. Ich bin schon so in der Mitte. Schreibt mal. Zwölf. Habt du das? 16 und 12. Wofu. Scheiße, ich hab dich gesehen. Der schmeißt, ein bisschen. Einfach mal Gummischlangen ins Publikum. Gummischlangen ins Publikum. Ich sagst du, das hast du gesehen, Mann. 12, ich bin 16 und ihr cool, ich bin 13. Ich auch. So, jetzt von Französisch. Ich finde, die sind total jura. Weil die sind doch niemals 13, Alter. Wie hässlich die sind. Nee, die Jugend, Alter. Ich schwör's dir. Oh, ein Silvier. Oh, oh mein Gott. Was war das denn, Alter? Wir hätten uns auch Karten holen müssen. Ja. Und nach, oh, nach Köln. Oh, ich war auch nach Köln. Boah, Alter, die sieht aus wie Frankenstein, die Linke, Mann. Spass. Na ja. Nee, die reste, der kommer her. Hä, hä, erzähl ich nicht, Ganglund. Danke fürs Fanlern, B-Scheid, 16. Komm, ein bisschen einschleimen jetzt auf. Oh, ihr, die ist im Rollstuhl. Ich hab auch im Herz. Ist die im Rollstuhl? Ja, ich hab kein Herz, ich hab einfach nur einen Stein. Die ist nicht im Rollstuhl, als ob das ein Rollstuhl ist. Ist auf jeden Fall witzig. Kannst du dich totlachen, Haar. Meine Freundin sagt ihr, die A-B-Scheid. Okay, das ist echt. Deine Freundin zockt GTA, Myron. Ist das zu spät. Ja, meine auch. Also jetzt zockt die A-B-Scheid. Sind die beide fett? Ich hab irgendwas auf dem Tablet gezockt. Nur ne Frage. Aber normalerweise zocken wir beide immer. Also wenn wir zusammen zocken, Myron. Was spielen die? Und wenn nicht, dann guckst du. Ich hab 18 viel zu gut hart für zarte Blüten. Minecraft. Naja. Ich hab 18, oder? Naja. Doch. Wir sind schon viel zu alt. Nimmst du schon auf? Ja. Okay. Warum lacht der? Warum lachst du? Warum lachst du, Batze? Ich hab da keinen Freund. Ich hab... Also in der Klasse haben wir echt die Arschkarte, okay? Das müsst ihr uns gar... Wir haben so einen behinderten Junge. Das ist nicht ernsthaft zu lassen. Das ist wirklich behindert. Der ist... Ja, der ist wirklich behindert. Aha. Ja. Und irgendwie... Ja, das ist ein Freund. Ich glaube, das ist ein Freund. Also ja, der hat irgendwie... Ich weiß nicht, ob das für ein Trick der immer vorbei hat. Der hat es einfach mal beleidigt. Erzähl mir mehr. Mehr erzähl. Der hört erstens alles dreimal so laut wie wir. Also so wie ein Hund. Oha, Alter. Und hat immer so einen Bauarbeiterkopfhörer am Unterricht auch. Was mit überbetrieben auf dem Weg geht. Okay, weil er sitzt vorm... Ich weiß nicht, ob ich so... Aber ey, es ist so... Ey, zum Beispiel sagt er zu dir dann einfach so mal so... Michelle, Deutschland. Und dann lacht er sich tot.